Hallo liebe Freunde der OGAE, ich bin mal wieder hier, mal ohne Belastung, ohne Stress. Mit Laura hat es nicht geklappt, jetzt tritt Jamie an, der drückt mir natürlich die Daumen. Wird nicht leicht werden, aber ich wünsche ihr alles Gute. Und ja, haltet mir die Daumen immer mal wieder, vielleicht komme ich im nächsten Jahr wieder. Und geliebter Grand Prix, lebe weiter. Okay?